Musik 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 Hey Leute, herzlich willkommen hier wieder bei uns auf unserem Kanal Andis World. Ja, heute soll es einmal um die Physalis Andenpflanze noch einmal gehen. Wir haben sie ja letztes Jahr ausgesät und ich verlinke euch mal hier oben in der Infobox da genau das Video, wie wir die ausgesät haben. Und heute wollen wir weiter vorgehen mit den Pflanzen. Wir haben sie wachsen lassen und auch über Winter reingeholt. Jetzt ins Haus, ansonsten standen sie ja draußen die ganze Zeit. Wir wollen jetzt Stecklinge davon nehmen, um sie so dann weiter zu kultivieren, dass wir dieses Jahr schnelle, frühe, erntereife Früchte haben. Und dazu nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Auf geht's! Hier haben wir die Physalis Pflanze und da schneiden wir uns jetzt so von den Spitzen Stecklinge ab und tun die ins Wasserglas. Und zwar ist das die Pflanze hier, die hat extrem viele Neuansätze gemacht und die ist eigentlich viel zu schwer jetzt schon für den kleinen Topf. Deswegen werden wir da jetzt einfach mal uns einige Stecklinge von schneiden. Ne, machen wir mal vier. Und dann werden wir die hier ins Wasserglas stellen. Und wenn man sich mal beliest oder informiert, dann dauert das so circa 10 bis 14 Tage, bis die Stecklinge jetzt Wurzeln machen. Wurzeln austreiben sozusagen und dann können wir sie in die Erde pflanzen. Hat natürlich den Vorteil extrem, dass wir eine extrem frühe Ernte mit dem Physalis Pflänzchen dann erreichen können, weil normalerweise ist die Ernte sonst im August, September, teilweise auch im Oktober. Allerdings ist das überhaupt nicht schlimm, wenn die Pflanze dann drinsteht, drin gehalten wird, dann kann man die Früchte auch weiterhin ernten. Ich zeige euch das nochmal. Hier beispielsweise, ne, hier ist eine Frucht drin, die ist jetzt kurz vor der Ernte, kurz vor, wie wir sie ernten können und hier auch. Und die kann man dann ruhig auch essen. Die schmecken natürlich nicht so süß wie die Früchte im Sommer, weil ganz einfach die Sonne fehlt. Ist ganz logisch. Ja, was haben wir noch? Hier haben wir nochmal die Fuchsien. Die Fuchsien, die hat irgendwie immer mehr Blätter, die sie verliert und es kommt nicht wirklich was Neues nach. Ich bin am überlegen, ob ich die ganz trockenen Triebe hier abschneide oder abbreche, weil trocken ist sie eigentlich nicht. Also es ist schon, die Erde ist schon feucht da unten drin. Ohne Frage. Bei den Paprika sieht man, da kommen die ersten Neuaustriebe. Das freut mich natürlich auch sehr. Die haben wir auch überwintert. Wenn ich schon dabei bin, zeige ich euch gleich den Bananensamen. Am 8. September 2016 haben wir den ausgesät und so sieht im Moment das Pflänzchen aus. Nicht wirklich berauschend und ich weiß noch nicht woran es liegt, dass er nicht weiter wächst. Ob es an der fehlenden Sonne liegt, hier mal den zweiten, oder ob es daran liegt, dass wir mit der Pflege was falsch machen. Zu nass, zu trocken, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, was wir vielleicht ändern müssen. Ob es daran liegt, dass wir zu viel gießen oder zu wenig gießen. Einfach damit, damit wir da vielleicht was ändern können. Ja, hier habe ich mal die Blattclementine, eine der Pflanzen. Die ist ganz gut am Wachsen. Die ist ganz ordentlich geschossen, beziehungsweise gewachsen. Also da bin ich echt zufrieden mit. Muss ich mal so sagen. Das ist jetzt fast ein Jahr her, dass wir sie ausgesät haben. Und so langsam wird das. Also ich denke, dass dieses Jahr, wenn die Sonne da ist und die Helligkeit dementsprechend, dass da auch noch mehr passieren wird. Hier einmal noch die Daten. Aber bei der Ananas, da haben wir auch einen kleinen Erfolg zu verbuchen. Also da haben wir jetzt den Standort mal gewechselt und sofort fängt sie an auszutreiben, zu wachsen. War ja sicherlich auch zu dunkel an dem letzten Standort, den wir hatten. Hier jetzt direkt unter dem Dachfenster. Da hat sie immer Sonne, immer Helligkeit, immer Licht. Auch die haben wir vor, ja, zehn Monaten knapp, ja, fast zehn Monaten ausgesät. Oder gesteckt vielmehr. Und Ende September dann umgepflanzt, umgetopft. Und das ist bis jetzt das Resultat. Da bin ich mal gespannt, wie weit die dieses Jahr noch wächst. Was dieses Jahr noch passiert. Ja, das soll es einmal kurz gewesen sein. Hier mit dem Update unserer Pflanzen. Wie unsere Physalis gewachsen ist. Wie wir jetzt die Kopfstecklinge abgenommen haben. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wann sie dann Wurzeln treiben. Wann wir sie einpflanzen und wie wir dort weiter vorgehen. Kurzes Update auch gewesen, was mit unseren anderen Pflanzen passiert ist. Wo ich sehr stolz drauf bin, was wir das erste Jahr vollbracht haben. Was bei uns geklappt hat, was noch nicht so recht funktioniert. Bin ich mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt dieses Jahr. Ich halte euch dann auf dem Laufenden, was noch passieren wird dieses Jahr. Es wird sich einiges ändern. Es wird einiges Neues dazukommen. Es wird einiges wegfallen. Lasst euch überraschen. Seid gespannt auf die Dinge, die da kommen werden. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Diesem Video. Schaut unsere anderen Videos an. Oben links hier. Da, genau. Da verlinke ich sie immer euch in der Infobox. Empfehlt uns weiter. Schreibt uns Anregungen, Tipps in die Kommentare unten rein. Auch konstruktive Kritik. Dafür bin ich auch offen. Da kann man nur lernen und kann sich weiterentwickeln. Ansonsten sage ich Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.